ach da war es okay jetzt was war 10 50 ja das war gut guck dir da oben haben wir da so super geschützt mal bin ich steh mal hier mal bin ich steh mal hier mal bin ich steh mal hier ja 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 genau so sehe ich genau so und jetzt eigentlich mitgenommen haben ja 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 Da muss ich jetzt mal wieder auf die Normale wechseln, weil ich denke, sonst habe ich keine... Ah, ich bin in der Reihe. Oh! ja sie ist all da und lebt nur noch lustig doch da eingesehen so muss er eine position nehmen danke danke dann auch mal gucken ja das kann auch nicht mal sein jetzt kann ich schon wieder ja Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 . . . . . . . aaaah Ich bin ja dem nicht so in der yaa jetzt habe ich die ganze mal wieder wegschmeißen die war nämlich voll leer jetzt ging aber das gewahr war gerade schon so ja jetzt aber fast wieder ich habe doch ein messer oder da können wir auch wieder schön beschwert also wir sind bei der ganzen schwert an ihr wollt werde ich jetzt mittlerweile schon naja gut okay das war jetzt wieder zu viel wir können beide benutzen sehr nett gemacht hier diese dieser kleine aufmarsch hier aber leider ist eine ganz schöne harte sau guck mal da steht auch noch mal sind und man nachladen braucht man nicht wie sieht es hier aus 25 fast viel was rein also wenn ich jetzt nicht mitnehmen da sind wir langsam unterwegs links rum oder rechts rum woher ist eigentlich ach ok alles klar ich sehe schon da muss man wach ja das habe ich noch nie gesehen ich habe es gesehen das ist die frühstückshalle hier oder was das ist das ist nach der schicht ja ja kommt ja Das hat es vergessen. Das ist glaube ich eher weniger. Wir sind verstärker! Schüttenverstätung zu ihrer Position geradeaus. Das sollte vielleicht warten. Aufwachsen! Ich möchte meine Position! Werfen, Jannecke! Darum habe ich gewartet. Das ist doch geil! Ach, scheiße! Da habe ich zu früh abgedrückt. Das ist eine gute Position, muss ich sagen. Ah! Aber wieder so eine Curry-Kur. Curry-Kur. Ah ja! Ah! Ja, dass die Munition von der Kamera so schnell drauf geht. Und dann! Ah! 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 Guck mal, was haben wir denn da? Sauerkraut, Ananas, keine Ahnung, Suppefrau, das ist was mit Arzt, Wurst, Leberwurst, zusätzliche Gewürze, Fleischwurst, okay, lecker. Zwei sind da noch, Wasser, jetzt wird auch einer Dings, Bereich frei halten, okay. Na, den hat es aber zerrissen, Alter. Geile. Geile Knarre, Alter, geile Knarre. Ne, haben wir 100% haben, Alter. Aber erst mal wieder Munition holen. Heftig, Alter, geil, ey. Oh, ich liebe das Spiel, ich liebe Wolkenstein, ey, was so Laune, Bulli. Oh. Dank der Entwickler, Alter, für dieses geile Sch... Oh, wir haben Bier. Wir haben Bier hier, zwei Fässer und wir haben Wein. Die können wir nicht gebrauchen. Melonen gibt es auch, das ist schön. Ich muss ja mal sagen, die Küche hat hier genau das, was wir brauchen. Ein schönes Feuer. Warte, ich könnte ja mal gucken, ob ich die nachladen kann hier. Okay, gut. Da bin ich jetzt gewesen, da ist nichts mehr, das heißt, wir müssen in die Richtung, ne? Nochmal da. Großes Wurstfest. Genießen Sie die besten Würste des Landes. He, wie geil. Das ist ein geiles Bild. Oktoberfest, jawohl. Die größte Tradition unserer... unseres Landes. Erinnert mich an München. Oktoberfest, hallo. Jawohl. Aber... Ja, das ist schon ein bisschen Geldabzock in München, da oben. Die wollen teuer Geld haben. Teures Oktoberfest in München. Teurer, teurer, teurer. Okay, da geht gar nichts. Äh... Damit kann ich nichts anfangen. Alles klar. Schöne alte Giste. Das ist mir, was erbricht jetzt in München. Das war's.